Wie ich natürlich zu Hause war, vom Lazarett, stellt sich für mich die Frage, wie soll es weitergehen? Ich hatte ja keinen Beruf mehr. Ich stand ja da und was mache ich jetzt? Dann habe ich ja zu Hause ein bisschen das gemacht und konnte ja noch nicht viel machen, aber gedanklich haben mich damit beschäftigt, wie soll es denn weitergehen? Dann habe ich mich einmal informieren lassen, ja, was kommt denn für mich aufgrund meiner Vorbildung in Frage? Na ja, man hat gesagt, na ja, vielleicht als Portier irgendwo, in einem Heim. Dann hat mich gesagt, ja, dann bin ich nach Bad Tölz geschickt worden in dieses Krankenhaus, das war damals während des Krieges ein großes Lazarett. Ob ich dort noch was gehört habe, aber dann bin ich rausgefahren. Ich war ja bereit, was zu tun, aber ich habe ja nicht gewusst, für was ich geeignet bin. Ja. Na ja, dann habe ich mir das angeschaut und habe gesagt, nein, den ganzen Tag nur an der Rezeption zu sehen und die kommen und gehen und sagen, der Betreffende wohnt auf dem Zimmer und der andere wohnt auf dem Zimmer und das und das. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt warte ich mal ab, bis es bei mir besser geht. Dann passiert Folgendes. Mein Vater hatte die Gelegenheit, einen ausgemutterten Polizeihund, einen schwarzen Wolfshund zu kaufen, den die Polizei nicht mehr beschäftigen konnte, weil der für einen Dienstunfall, Dienstunfähig geworden ist. Der hinkte, er konnte also nicht mehr laufen. Dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich das, genau das, was ich auch brauche, ich hinke ja auch mit meiner Beckenverletzung. Dann habe ich mit dem Tierarzt gesprochen und gesagt, Bewegung ist das Beste. Jeden Tag gehen, gehen, stundenlang gehen, soweit es geht. Ich habe mich dann mit dem Hund tagtäglich beschäftigt, wie mit dem Wolfshund, der äußerst scharf war, täglich, stundenlang, und wir hier im Park, hier Olympia, damals heißen, hat es aber Wüstenfeld geheißen, sind wir halt spazieren gegangen und es ist immer besser geworden. Der Hund ist langsam besser geworden. Ich konnte langsam wieder länger ins Recken gehen und so, da haben wir gedacht, also geh schon wieder. Naja, annahmen durfte mich niemand, wenn einer gekommen wollte, mir hat die Schulterkloppen von meinen Freunden, der hätte sofort an die Gurke gegangen, er war adressiert. Also er war sehr vorsichtig. Naja, ich habe dann mit den Gästen, die bei meinem Badertorf verkehrt sind, waren auch einige Geschäftsleute, Unternehmer, die haben mir dann gesagt, Du, ich schaue mal beim Bayerischen Landeswirtschaftsamt, die suchen da an Leute. Nach dem Krieg hat man ja wieder angefangen, die Wirtschaft wieder in den Fluss zu bringen, die Wirtschaft wieder aufbaut. Ja, da hat man dann Materialien mitgebracht und da wurde dann in Bayern neben dem Wirtschaftsministerium ein Landeswirtschaftsamt aufgebaut mit Landesstellen für Papier, für Holz und so weiter. Und die suchen alle Leute. Und dann bin ich einmal an einem Freitag und gedacht, schau dir mal vorbei, ich kann mich einmal erkundigen, ob da was zu machen ist. Und dann bin ich da rein, dann saß ein Amtmann drin, ein Amtmanns-Schramm, der hat gesagt, ja, hat er gesagt, wir brauchen schon jemanden, wollen Sie einen Boden machen? Dann hat er gesagt, ich habe keinen Beruf mehr, mit mir ging es ja fahren, wollen wir los? Dann hat er gesagt, ja, was willst du denn da machen? Dann hat er gesagt, ja, Akten verteilen und das zu machen, Postgänge zu machen, das zu erledigen. Dann habe ich gedacht, naja, könnt ihr mal probieren. Dann hat er gesagt, dann können Sie gleich da bleiben. Dann hat er gesagt, heute ist Freitag, dann hat er gesagt, nein, wir brauchen Sie am Montag. Und das war der 12. Dezember 1945. Am 12. Dezember 1945 habe ich dann im Landeswirtschaftsamt dann angefangen, in der Landesstelle für Papier. Nein, Papier war es. Dann bin ich da ins Land, das war ein kleines Amt. Da habe ich halt dann auch diese Bodengänge gemacht und so weiter. Dann habe ich das drei Monate angeschaut und habe gedacht, nein, das ist auch nicht das meine ich. Dann bin ich wieder hin zu dem Personalschiff und habe gesagt, nein, das ist nicht das meine ich. Dann hat er gesagt, wir hätten auch noch jemanden in der Landesstelle Papier, äh, Leder. Dann habe ich gesagt, nein, ich suche mir jemanden, da werden Ledergutscheine rausgeschrieben, Leder. Da wird das Leder verteilt und so weiter. Also das ist etwas Gehoffenerlisten. Dann bin ich da hin und habe gesagt, ja, bleiben Sie gleich da. Wir brauchen wieder jemanden. Das Lederkontigent muss ja verteilt werden. Dann haben die Lederwaren und die Schuhwaren und die Taschenwaren, jeder braucht ihr Leder. Und das Leder, da haben wir dann, jeder konnte ich kennengelernt. Und die Bezugstelle, die mussten herausgeschrieben werden. Und das kostet dann auch, muss die dann auch bezahlt werden und so weiter. Na ja, das habe ich gesagt, nein, das landet man auch nicht. Dann bin ich wieder zurück. Dann sagt er, Landestelle Holz, da haben wir zwölf Landestellen gehabt, die suchen wir auch jemanden. Dann bin ich in die Landestelle Holz rüber. Na ja, das ist im Grunde genommen das Gleiche. Da wird auch Holz verteilt. Die Möbelindustrie braucht Holz und die Schreiner brauchen Holz und so weiter. Das war ein größerer Umsatz von Dingen hier. Ja, da war das dann auch drei Monate. Und dann hat man, dann bin ich, da fallen wir auch nicht. Daher ist das auch eine Beschäftigung für mich. Dann bin ich wieder in die Personalstelle und habe gesagt, ja, wir brauchen jetzt jemanden in die Tarifstelle. Die Gehälter müssen doch berechnet und bezahlt und überwiesen werden. Na ja, okay. Aber im Kopf fallen war ich auch nicht. Also bin ich in die Tarifstelle. Und dann bin ich in die Tarifstelle. Und dann bin ich in die Tarifstelle. Untertitelung des ZDF, 2020